Umgang mit dem Rollator Durch Ihre Erkrankung kann es notwendig werden, dass Sie zum sicheren Gehen einen Rollator benötigen. In der Regel wird Ihnen der Rollator durch Fachpersonal vormontiert, ausgeliefert und eingestellt. In diesem Film zeigen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften und Funktionsweisen. Übung 1. Einstellen der Höhe Sollten Sie Veränderungen der Griffhöhe wünschen, so können Sie diese durch Lösende Einstellungshebel seitlich der Rohrführungen vornehmen. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in Höhe der Handgelenke befinden. Achten Sie darauf, dass die Handgriffe immer nach hinten zeigen. Übung 2. Zusammenklappen und aufklappen Sie können Ihren Rollator zusammenklappen, um ihn Platz sparen, zu verstauen oder im Auto zu transportieren. Stellen Sie dafür die Bremsen fest, lösen Sie den Sicherungshebel und ziehen Sie den Rollator zu sich heran. Übung 3. Gebrauch der Bremsen Die Bremsen haben zwei Einstellmöglichkeiten. Die Betriebsbremse ist zum Bremsen während des Gebrauchs gedacht. Ziehen Sie beide Bremshebel leicht nach oben. Die Feststellbremse dient dazu, den Rollator im Stillstand zu fixieren, um das Wegrollen zu verhindern oder das Hinsetzen zu ermöglichen. Drücken Sie beide Bremshebel nach unten, bis die Hebel eingerastet sind. Zum Lösen ziehen Sie beide Bremshebel nach oben. Übung 4. Richtig sitzen Vergewissern Sie sich vor dem Hinsetzen, dass die Feststellbremse eingerastet ist. Setzen Sie sich nur entgegen der Fahrtrichtung auf den Rollator. Übung 5. Richtig gehen Gehen Sie aufrecht und halten Sie den Abstand zwischen Rollator und Ihnen möglichst klein. Schieben Sie den Rollator nicht wie einen Einkaufswagen vor sich her. Das kann zu Unsicherheit und Sturz führen. Richten Sie Ihren Blick stets nach vorne.